Ich komm da mit der Tastatur immer noch nicht an, also ich muss mich gleich mal besser einstellen. Guten Tag. Oh, jetzt bin ich doch voll nach Unterricht. Ich kann doch jetzt nicht den Unterricht versäumen. Oh nein. So. Schlag die selber. Na komm schon, komm schon, komm schon. Oh, yeah. Hey, stay away from me. Die Klappe. Was, are you crazy or something? Hier, friss den Stein. Aua. You can't reach me up here, moron. Äh. Come on, try and... Tschüss. Du hast die Schleuder erhalten. Und 5% weniger Respekt. Na, ist auch egal. Gut, das war mir schon fast klarer. Okay, aber das müssen wir noch ändern, mit dem Rennen und etc. Laufen hier. Ja, ach komm, nervt nicht. Schänzen bitte fernbleiben. Okay, wir müssen uns... Ah. Wir müssen uns bei allen irgendwie noch da hinzukommen. Schwänzen, schwänzen, schwänzen. Ah, vielleicht haben wir da eine Abkürzung. Komm ich da nicht... Komm ich hier nicht hoch? Verdammt. Ich versuche mir jetzt irgendwie dazu vorbeizuschleichen. Ich will doch noch zum Unterricht kommen. Realistischer Habe war das. Äh, Inventar. Okay, da ist die Schleuder. Äh, an der Steuerung müssen wir mal ein bisschen umfummeln hier. Das geht doch gar nicht. Ähm. Wir machen Rennen auf... Shift. Obwohl, dann ist das irgendwann mit der... Taste nachher nervig. Wir machen... Äh, Rennen auf dit. Wir machen... Wir machen das R. Hm, 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 hm. Rennen ist F. Äh, das ist immer so die Sache hier. Nach links, nach vorne. Kamera drehen. Wo ist dann Schlagen nochmal gewesen? Schlagen ist ja diese Funktion gewesen. Waffen abfeuern. Zurückschauen, ducken. Links laufen, vorne beschleunigen. Kamera links, Kamera oben. Ah, okay. Packen, benutzen, springen. Na, Nahkampf ist eh. Dann lassen wir das auf eh, weil das ist ein bisschen irritierend, sag ich mal so. Wenn wir das immer so machen. Ja, toll mit X. Ja gut, wenn das kompatibel ist, ist gar nicht immer so schlecht. Okay, dann haben wir so. Und tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Ah, nervt nicht. Ja, schon. Ich will doch nicht. Oh, wir sind noch in Englisch reingekommen. Oh, wey. Weil wir es eigentlich nicht wollen. So, navigieren. E-Buchstaben mischen. Buchstabe wählen. Buchstabe löschen. Okay. Alter. Äh. Äh. Ach man, was mache ich denn? Ich glaube, das sind deutsche Wörter. Falsch eingeben. Weiter. Äh. Das könnte Schlaf sein. Schal. Ach so. Okay. Man kann mehrere Wörter heraus. Äh. Bekommen. Das heißt, es wäre vielleicht auch noch Schaf hier. Okay. Äh. Schlaf. Ähm. Hals vielleicht noch. Schlaf. Ähm. Hm. Ich weiß nicht, ob gar nicht Lush gilt. Aber ich glaube eher weniger, ne? Ach so. Hä? Flasch. Äh. Aber Schaf wird eigentlich ein ganz gutes Wort. Wo geht das denn nicht? Oh, ich hab was. Ah. Kein Lachs? Äh. Äh. Jetzt fällt mein Gedächtnis nicht ein. Äh. Nein. Hm. Jetzt gibt es denn noch Wörter. Das müssen wir uns auf jeden Fall ausschreiben irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt für jedes Mal neue Buchstaben gibt. Äh. Keine Ahnung hier. I don't think that's in the dictionary. Ja, keine Ahnung. 23 Prozent. Was soll denn hier noch sein? Das müssen wir uns auf jeden Fall sehen. Aber das aber nicht. Hm, 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 hm. Ich glaube das Fach Ich glaube beim nächsten Mal sollten wir mal ein bisschen mehr machen Aber Ich glaube ich habe manchmal zu viel auf der Schule Ich werde dir sagen Oh Oh Jetzt hat er mich erwischt Ich wollte doch nicht das Kind schlagen Mensch, ich wollte doch speichern gehen Blablabla This is your only warning Don't mess up again Ja, ja, ja I hope this will be your last little visit, Hopkins Okay, bis zum nächsten Mal Ja, ich wollte doch nur speichern hier eigentlich Weil da würde ich nämlich sagen Sind wir uns beim nächsten Mal im Unterricht wieder Und bis dahin, euer FlashUterP Und tschüss 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 Tschüss